Kluft der Beschwörer Max spielt mal wieder sein Fellguckmour Fellguckmour Malfi geht jungln, das ist Benni Das ist wirklich saudom Klay ohne Matze Und geht's dir gut Genau Und äh Muscle Swain Hallo Gegen Gegner Ja Ich hatte recht, Lulu geht in die Mitte Sehr wahrscheinlich, Mainz zu? Bin ich sehr stark der Meinung Aber Johnny könnte mal ein gutes Spiel machen Er hat ein Champ ohne Aim-Shot Eigentlich wäre es clever von Johnny gewesen, hätte er zum Beispiel Shane gepickt Hat er mal Aim-Shot Ja, aber es wäre clever gewesen, weil dann hätte er mal so ein bisschen noch auf die anderen Lens geachtet Und hätte ein bisschen mehr vom Spiel drauf gehabt Wo ist denn da der Aim-Shot? Vor allem hätte er dann die Action gehabt Der Sprung Boah, mies Da hätte er jede jedes Mal, wenn Action gewesen wäre Ja, ja Da hätte er alles drauf gehabt Und ansonsten, wenn nicht, hätten wir ihn in Hartflame können Verscheuers Freund Ich habe so glaub ich auch echt Ich steig bis zu zu schwach Ich steig bis zu zu schwach Mann, Soraka, Kurbel, ein bisschen mehr Wenn man diese Subs auf die Mann warten muss hier Acht, du, das werden wir aber auch noch eine Weile O'Fli-Fu? Ne, O'Fli-Fu Was heißt O'Fli-Fu? Was heißt O'Fli-Fu? Das ist O'Fli-Fu Eure, wisst ihr was ein O'Fli-Fu ist? Das habe ich schon hundertmal erzählt Und ich werde ja auch wieder vergessen Ja, auch vergessen Ja Ihr wisst nicht was ein O'Fli-Fu ist Nein Ich weiß wer O'Fli-Fu ist Ich kenne doch das Aber Benki was weiß was ein O'Fli-Fu ist Ich hab's in seiner Stimme gehört Nein, ich würde sagen O'Fli-Fu ist einfach O'Fli-Fu ist einfach O'Fli-Fu oder? Ein Franzosen Ein leise französischer ist hätte ich auch noch gewusst Das sind nicht französische Idioten Das ist schon mal schön Erstmal irgendwas behaupten Aber Le-Fu Le-Fu ist doch der verrückte oder? So luchtet euch nicht Ich bin zur Stelle Aber es hat nichts mit O'Fli-Fu zu tun Ja, aber es ging gerade um O'Fli Äh, um Le-Fu manch Das war nicht so oft zu tun Aber es ging gerade um O'Fli Naja, das ist für dir verrückt Das ist ja wohl klar Ja, was auch von O'Fli Na, O'Fli Na, O'Fli Das ist einfach sein Inrichtiger Vornam Ja, und ich heißt Petrosaonau genau Ah, Mann, 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 ihr seid alle ungebildet Ja, nun hau schon dein Wissen raus Gebildet, ungebildet Das ist aber unklug, unabhängig, völlig guckbar Internet, wenn man dann was solltet Das ist legendäres Wissen Das muss die Praktikin Den richtigen festlichen Rahmen haben Ich google es jetzt Bis Martin hier zur Protokoll Dauert es noch zwei Stunden Das ist eine Maßeinheit zur Bewertung der Stärken Ja, das hat Mats auch schon geschrieben Klasse Ist der Wahnsinn, oder? Das ist unnützes Wissen Amport hat euch immer gefehlt Ihr wusstet immer Ihr wüsst nicht alles Und genau dieses Ja, toll, deine Forstplatte Als ob mein mein viertel Fürz-Ad-Diener Schilmann Beispiel, aber ich glaube, ich habe Wo es gesehen Oder mich Irgendwie anders Wir haben so gesehen, wo es wusste, dass wir hier mit 42 HP So, wo es nur 52 HP 42 Und die Kulte-Nordnungen Mach 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 Ja, ich wollte schnell Masse ganz gleich in die Mitte gehen Ja, sorry, ich muss noch schnell was machen Wir wissen, wir kennen deine Gewohnheiten Weg hier, weg hier Ich hab Angst vor dem Golem Olaf macht bestimmt hier sowas Lol, der Garen hat den Golem zu früh geprüft Ach, das meine ich doch Garen ist zentrum Oh, der hat kurz einen Bonus-AP AD meine ich Ja, Graves Oh, nein, nein War doch Glück, meine Mütter Nein, die dumme Soraka hat ein Wort in den Busch gepflanzt Wie konnte sie nur Böses Soraka Die lässt sich nicht harassen, ist langweilig Was macht denn Garen für ein Scheiß Schaden, Alter? Ich hab jetzt zweimal diesen komischen Schlag gegeben, halt kein Leben mehr Das ist halt verwend Spin to win Spin to win Spin to win Ist das lächerlich, ganz ehrlich Boah, ich bin dran Boah, ich bin dran Der Graves hat was gegen mich, der beleuchtet mir so'n so'n dreifach Schuss drin und dann wo sehe ich meine Musik aus Oh, das so aus Ach so, weil ich euch vorher erklären wollte, was ein Wolf ist Ist das richtiges Bildungsfernsehen hier? Da lernt man mal richtig Was ist der einzige letzte Player? Ja, wir hatten doch schon mal das eine letzte Player, wo wir am Anfang über die Energien philosophiert haben Ein halb Li-Quadrat und so'n Spaß Da hatte noch einer runtergeschrieben hier, Kajuni Was labert ihr wieder für eine Scheiße? Ach, Scheiß ist aber auch echt hart ausgedrückt Ey, der Der Yorick hat sich ein Feen-Amulett und magische Sicht gekauft kam wieder, hat sich reingeportet und hat erstmal die Vasallen so lange geteckt, bis er halbes Leben hatte Was ist das denn für ein Wolf? Oh, die sind gelerbt und angewendet Ja, der hat ein Ja, die sind wenigstens als Olfs, da musst du nicht mehr so'n seltsame Watter benutzen Okay Na ja, ne bessere Äh Alles soll hier eigentlich ne Pieps schon Ich soll mal so Pieps reinmachen, wenn wir irgendwelche bösen Watter sollen? Alter, nein Das ist mir zu viel Arbeit Das ist mir zu viel Arbeit Äh, Mata? Das musst du nur machen, aber nur zufragen Ne, du bist nur von dem Leben, da Was, da muss man, da muss man Content verbergen? Nein, ich war so wacker Ich hab nur so wacker Ich hab nur so wacker als hab Hab ich Angst Aber Papa, wachten wir uns nicht Böses, böses zu wacker in der Hut 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 Timo? Nein Ich spieg'n ja in Timo Ich spieg'n ja in Timo Ach so, aha Hä, ich dachte gerade Immer weiter Oh fuck! Oh, ich hab... Oh, der größte Fail der Geschichte Ohhhhh Scheiße Geschichte Guckt euch meine Items an Das guck ich ja Meine Items Ich hab'n Mana-Pod 1A, oder? Ja Scheiße Ja, scheiße Ja, bestimmt lustiger Wenn ich jetzt wissen würde Welchen Schenke Garen Naja, das ist sinnvoll Weil Garen Hat ja keine sozusagen angeborene Mana-Regeneration Von daher kommt der ja sonst nie an Mana Ok Ja, die noch nicht sagen Ja, die noch nicht sagen Na, ne Luluri Nicht, 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 nicht Ich hab'n Dankeschön Aber die Falle kein Warnung mehr gleich. Oh fuck! Dings Minions. Ich hatte kein Schild, weil ich ihnen vorher gegeben hab. Oh ja. Ich dachte nicht, dass die Schüter gegangen wird. Ist dir was dagegen, wenn ich unten die Enten komme? Oder lohnt es sich nicht? Na doch schon. Mach doch einfach. Oh ja. Es ist das. Wenn das nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Manche Menschen stehen hier so weit, also haben die Worte, aber sind zum Schluss. Ja, ich bin jetzt schon. Ja, ich bin jetzt die Anleitung. Ein sei das. So wie ich jetzt auf die Fläche war? Ja, das ist ja auch ein Glas. Also das heißt ja, ich habe mich nicht, das ist ja. Und warum? Euro ohne Verzögerung ich sterbe nein ich hab sie verboten wie lange ich einen Tartig kann, meiner Dankeschwimt würde ich mir echt mal helfen aber dann kommt weiter zu schwimmen hätte er einfach nackt oder? ich hab nicht ausgereicht ich hab mich die unterdicht meinen ne ultiger Heil ich sag ganz schlau Joll, da kauft sich hier Steiner Reisen ich sag in NN ganz Pro aber das ist so frei mit Luba, das ist der relativ okay oder? das ist schon ziemlich gut aber den Jürgen hat er gewohnt ja, aber es hat auch vorher nicht gereicht die relativ lange oder unendlich zu halten es steigt gar nicht weiter, es steigt dann nur bis zu einem bestimmten Wert, die Ulti also die Mana kosten meine ich ja, vom Bund ich krieg auf die Fassung ich würde gerne mal jederzeit abwohlen, der Machen hey das soll jetzt nicht ich habe sie gelegt die 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 ein macht er doch glatt seine Ulti an komm mal hoch, ja so rar gehalt, halt, weil das schon so für uns und so für uns geht's soll ich auf Ulti, soll ich einfach mal aufrennen? ja, lass es mal die Warsalen durch durch den Tor der Welt du könntest jetzt mal ran früher war alles schlecht mach euch Ulti das ist natürlich schlau geplant ja, ich hab's na, ich geh ja hin, wenn du weißt, dann komm ich willst Mana-Tran kam, ich hab noch einen ja, gerne ich glaub, den brauch ich nicht hab noch kein Mana-Problem ja, ich seh was, was ihr nicht seht und es hat nen Bart von zwei Äxte Olaf klasse klasse hat er auch ein Bart, stimmt ja schau hat sogar zwei ha ha ooooh hier hat auch eins vom Schutz unseres Landes und jetzt sieht man das Gesicht leider nicht aufhört er mehr Augen auch ein aber ich habe den Urlaub gefunden ich habe ihn noch Exhaust geben können ich habe ihn eben noch aufgedeckt dass er in der Nähe ist ja dass er ein Rap-Office aber was heißt denn nicht dass er heute hier vorbeikommt es hat trotzdem gezeigt dass er in der Nähe ist Boah Urlaub ist immer in meiner Nähe ich wasche meine Hände und Sven pass auf Urlaub ist in der Nähe ich kann aber den Mana-Trank verkaufen Bestimmten ja es kann ich den Highport leisten Ah das war gut angelegt das Geld mann um Urlaub steht bestimmt glaube ich hier oder da das ist Riener weiter Na Peter hat sich vorgestellt äh ich glaube es auch wirklich nicht weil der Gegner etwa irgendwie nicht was hast du gesagt er ist gar nicht da der uns überlegt ob er auch mal und dort über und kann man vorgestellt hat kriegt er keine Schuhe aber ich kriege einen VG-Shirt und ein Vampir-Schicht dann den Däumen entspannter ich hätte auch noch mal wenn ihr seht das ist der Weg aber er sagt doch ein Ton oder zwei Hälfte ich rufen kann zum Mühlen aber auch aber auch noch um dieses Jahr die Kürtel auch mit dir hin hat ja ein bisschen pushen lassen mal gucken vielleicht kann was machen m ich will nicht der anderen auch noch auch von seiner Augen auf die Wütze Oh, ist das eine Kacke hier. Stopp. Was? Da komm, oh. Im Namen des Königs. Kacke. Ah, bin tot. Da konnte ich nichts machen. Das war halt, nee. Ich wollte dir noch sagen, nicht in den Tower Jump. Johnny soll nicht den Schrauben? Ja, ähm, Hextech Revolver. Ah, weiß nicht, finde ich nicht doll. Sven musst du eigentlich bloß Tänke spielen und dann heilst du dich schon. Ich bin mal noch eine Sekunde weg. Eh, das Leben, das für dich heilt, ist mehr wert, wenn du, ähm... Mehr Rüstung oder... Genau. Danke, dass du mir die Worte aus dem Mund nimmst. Oh, oh. Oh, oh. Was, der... Nein, ey. Oh, das, oh, mit S. Hans, komm mal. S, S. S, S. Lüchtet euch nicht. Hier, S.A. Haha. Mann, der hier von so war. Er hat mal irgendwie letztens schon, glaub ich. Ja, den haben wir ziemlich oft. Das war Paul, glaub ich. Nusspüre mit Dill. Ich bringe Gerechtigkeit. Ja, den Nuss muss bis zum Endsieb gerommelt werden. Aua. Kann man auf Muspirin mit Dill. Ich kann's dir sagen. Entschuldigung, der ist mir schlecht. Was? Halleluja. Was, kommst du weg oder so? Ja, genau? Na, du sagst, ach, dass ich so viel mehr Loser zu tun werde. die und aber ich bin damit gehört der zu viel Geld oder und was so schlimm er hat jetzt meine Kürt plus noch ein Euro das sein Anfangs-Seiten Ich würde gern jetzt auch irgendwo wieder nehmen. Wack, wenn ich in Garen, äh ne, in die Rest einmal Ulte, schaffst du den gern? Ja, mach ich gucken. Ja, kann sein. Ja, die Soraka heilt doch schon wieder die Blöde. Ich muss halt mal sagen, wenn ich auch den... Ja, mit einer Ulti wird sich reichen. Ja, wir können ja wenigstens Schaden machen. Urlaubsflug da genau drin. Da, halt. Man, die gibt halt bei... Oh, fuck. Dann, dann. Dann. Und die Lulu ganz zu euch. Oh, ich hab keinen Mana, ja. Ich hab auch keinen Mana. Ich hab auch keinen Mana. Ich hab immer wieder, danke. Wollt ihr euch beteiligen? Dann, wachst ihr weg. Ja, eben nicht genug, ey. Ach so. Ja, das war's, was ich schon für Creep noch gehabt. Ja, na. Mann, ey, das gibt's auch nicht. Ich hab dich in diese Verfickten, die ganze Zeit nicht. Ich bringe Gerechtigkeit. Marcel, ich kann ihn hauen, aber ich mach ihn kann schauen. Wachst du? Ich hau ihn die ganze Zeit mit meinen Autotext und Spells, aber ich mach ihn keinen Schaden. Ne? Der hat ja auch Wurstung und so ganz in den Wagen. Ja. Na gut, ich hab auch Wurstung und krieg Schaden von ihm. Leute, ich bin doch nicht, ich bin doch in den Anbietern. Man super geht, sonst wollte ich nicht. Neuerer. Neuerer. Alles Inhalt, aber er hat mir wirklich auch im Schaden oder in der Oma. Heuerer, als Erkoller, ich bin nicht. Ja, ich bin doch nicht, in die Aufmerksamkeit. Ich bin doch nicht mehr und ich habe so auf das Geburt. Aber ich bin nicht mehr. Ich bin nur für ein langes Thema. Und ich bin ich nicht mehr. Ich bin kein langesARY. Oh. Ah, nein. Ja, nein, ich hätte gegen die Lebensraum gebraucht können. Ich hätte ihn von so weiter gesagt. Ach, ich habe keinen Mana. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Oh Gott, ich habe ihn getroffen. Oh Gott, ich habe ihn getroffen. Oh, das ist nicht so klar. Ah, immerhin. Warum her, ich holen wir noch. Na. Nee. Oh Gott. Du bist Gracie, ne? Vielleicht noch mal reingerannt, hättest du... Warum? Ich habe meine Ulti auch nicht, sonst habe ich auch keinen Mana gehabt. Das fand ich Mana, aber ich hätte nicht die Ulti, aber... Der kam ein bisschen verspätet. Alter, warum? Warum, Alter, warum? Oh, das ist doch... Mann, ey. Wir haben gar kein Wort beim Drachen. Das haben wir einen genannt, oder? Ja, ja. Soll ich mir das kaufen? Aua. Soll ich mir das kaufen? Äh, was hast du denn? Wo bist du denn da oben? Äh, ich würde mir entweder einen Hellenzepter oder einen Rühleis kaufen. Nein, das ist okay. Wo das finde ich eigentlich auch in der Fall besser. Danach das Hellenzepter, dann kann ich das auch anders stunden lassen oder so nachkaufen oder so. Vorsicht, da hat... Infinity Edge. Und das ist... Das ist gar aufpassen, nicht? Ja, du, 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 vorsichtig. Ja, genau, da. Mann, das ist doch so dreckig. Jetzt macht die so Acker hier zweimal so nötig. Wie? Da ist schon wieder für mich. Ah. Ich würde da noch drin, glaube ich, oder? Hm. Oh, ja. Ich würde mir das teuer, glaube ich. Das ist gut. Leck, bevor ich auch kann. Wollen wir raus? Du musst tanken. Wir sind sowieso. Also ich bin zwischen hier und Maxis Low. Ok. Ja, natürlich Nullo an HP. Lass uns auf diesen E-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon. Wie? infra in Daten. Und wir haben nicht drauf, und wir werden unsereonesen in den nächsten Jahrengeben, so wie sie nachvollziehen und nicht viel spätten, und dann Frank. Die Vorschau ist nicht so tief in den överwesen, aber schon wieder ein. Und dann wurde das Publikum erhalten und dann sich das um. Das war so ein sehr. Ja, nur noch ein Punkt. Ja klar, aber wer soll die Lane dann halten in der Zeit. Außerdem sind die Lasten da vielleicht sogar sinnvoller. Da ist ja in der Lane und das Carries eigentlich bloß darum geht es zu können. Vor allem hat der Jungler erst mal mehr davon. Ja, genau. Weil der, es ist wahrscheinlicher, dass der Jungler an irgendeinem Kill beteiligt ist als der, der, der... Jedenfalls würde ich das jetzt mal so einschätzen. Ich meine, das hier ist farmfest. Ja, mit Ausnahmen. Also auf lange Zeit klöppel ich den jetzt wieder durch den Sonnenfeuerumhang und meine Ulti. Habe ihn eben gut gehauen einmal. Kaufst du Jumus? Ja, kommt doch an wie Tanki unser Team. Da kommt was, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Ja, richtig, Wuluf. Hab ich immer viel, kommt auf Jumus. Also ich mach auf jeden Fall heute hin, also so. Ja, ja. Dann kocht Jumus ein KDU. Hast du den gerade während Ragnarokopo gemacht? Nee, ich hab abgewandet, bis es vorbei war. Schatz nicht. Ja, ne, 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 ne. Ich hab du diebst, was gesagt, so genau wie bagsieitzend zu nehmen. Sie sind die es verstanden, oder... Ja ohne. Ja, sortiert. Ja, ja, 짧 ли deciden anبدere verdmet ich mich bei der Hunde. das ist der größte Dreck es war es kalt gepflegt mit Angst von hier naja ne ich hab sie gesloten und sie stand gerade so noch in Tower Range gerade noch nicht Angst vor ihm ein Tor ist Mann, nein, jetzt hat er größt ... ... unter 60 Lars ist es möglich ... 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 Der legendäre Leblonk zerfickt jedes Ranked. Das ist echt unkönnt. Immer weiter! Hier oben ist übrigens Kalti Lulu ja, hinter mir gewesen. Schade. Also die kommt jetzt wieder und wohin wahrscheinlich. Max, den Olaf, kriegt man den? Nicht zu viel geben. Also, naja, ich war ihm schon zwei, aber... Ich kann den Ragnarök rausgehauen. Der hat einen Drachen gewordet. Ja, ich könnte ihn entschärfen, aber... Das Problem ist, sie wird es sehen und Soak hat auch noch einen Pink-Wort. Ja, nein, ich wollte nur Bescheid sagen. Ja, ist schon okay. Mach dich einfach mal der Geist, ja? Nein. Oh! Oh! Die Warnschuld kaputt. Oh, ein Damage! Mach mal nur Beutelung auf den Weg der Spiel. Wo kommt der Strahl mit der? Das ist ja so was von der Punkt. Der hat eine Infinity-Heads und eine Auge. Der Typ der oben der hat gerade nicht mehr sichtbar gewesen. Ah, ist der Olaf! Ah, ist der Olaf! Ah, ist der Olaf! Der Olaf! Das ist auch richtig so, aber... Der Graves ist richtig episch, also der macht extrem damage mit seiner Kombo. Ah, dann Todos nur, zum Beispiel, es kommt sonst zu... als ich weiß kommt es ja, mal wieder zu einem Gammel, der Kumpel. Ja, heu! 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 Oh, Heu! Oh! Ich bin bereit! Oh, oh! Ich wollte jetzt nicht den Zweifalten, hast du verstanden? Ja, ist gut, okay, wir verzeihen dir, Marcel. Äh, hier ist ekelig, oah! Nee, hier will ich nicht. Könnt ich mich mal. Der Kareff ist episch, ja? Ja, ja, der macht extreme Damage. Oah! Blöde, blöde, blöde! Oh, das ist eine Lulu. Schüttet die Lulu! Oh, willst du mich verarschen? Warum nicht in die andere Richtung? Da hätte ich einen Kill bekommen. Ich dachte so, warum rennt die jetzt nicht mehr hinterher? Ich will jetzt nicht alleine gegen die Eichel. Aber ja... Ja, die hat mich von nebenbei durch zu den zieht. Er hat es doch schon fast geschafft, oder? Außer hier. Ja. Hallo Olaf! Mir geht's dir! Ja, mal Oldion. Ich krieg Gegner Red. Ja, aber. Oh, fuck! Ja, der hat mich von mir gegangen. Oh! Nee, ich war gerade irgendwie auf deiner Rettung aus. Gott, gleich. Gut, dass der Power noch stehen. Nein! Zeig euch, was ich habe. Tschö. Oh, der Bruce wieder da, ist gerade gestraunt. Okay. Benni, kannst du übrigens unseren Red haben, ich habe ja einen. Immer weiter! Wann wir mal einen Dragon machen? Ich hab kein Wort mehr Sachen. Dann machen wir den, oder? Ja, gleich, ich hol mir kurz mal einen Red. Ich bringe Gerechtigkeit! Fertig, ich kriege ihn. Kostmann, dass er es ausschaut ist. Ja, du hast du schon mal gesagt. Ja, ich hab's schon gemacht. Ja, das war's. Na klar, ich war's. Ja, klar, bitte. So, das war's, bitte. So, das war's, bitte. So, das war's. So, das war's. Das war's, bitte. Das war's, bitte. und 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 schnell nein wir haben vorgetauscht ist doch okay und zu euren Diensten also es ist nicht so schlimm als hätten wir gar nichts dafür gekriegt Garten in Turin 4 vor allem und so ein ZD-Mail die war schon gekriegt vor ich habe nur gewartet bis ich aus dem Dingshaus kommen aus dem Spindern und auch ja in dem Moment ja also die Hälfte zu Noten ist bei den Kiel wenn es gar nicht anders können sich nicht bereit vermeiden und und alle am paar bekommen er und das überkommen ist mein Ziel und das ist alle meine ableitend immer schocken 2000 Gold und Prozent und mit einer Bewerbung doch auch aber auch sie wird möglichkeit ist ein Wunsch ist dann auch ab und oder ich weiß sie haben und so geht es um die siebzehnts und so ist es nicht oder diese Gruppe auch immer noch schafft er das sind das Problem das Problem das ist ein Stil die Schweinebacken vielleicht sollte man sich mal hier sammeln Prozent verbringen aber erst mal auch noch machen noch mal kurz zu sehen TEAMFIGHT! Das kann euch da TEAMFIGHT Alle haben so raken und du rennst es zu ziehen Das war die Geräusche Vorsichtig Dann wollen wir uns auch noch Ach, da ist ja noch die MEET MEET Ach, da ist ja noch die MEET MEET Ah, Max macht das schon, ne? Ach, okay, jetzt lass es pushen und danach Ja, es pushen und dann du baron Ja, das ist logisch, oder? Warum die jetzt nicht fokussen? Was? Warum die nicht fokussen muss? Ja, nur so viel damage machst Ich hab zwei Sachen vergessen in diesem TEAMFIGHT Meine ULTI und JUMUS Du stichst Na ja, das muss ich nicht mit dir klatschen Nicht mit dir einreißen Ja, was? Diese sinnlose GAP hier, ja? Jetzt weg Jetzt weg Los, Nasher Onkel Nasher Ich hab dummerweise grad keinen Pinken zum Checken da, aber Ach, naja Könnten uns ja relativ gut absichern Legt mal los Ich hab nur gemacht, damit ich schneller laufen kann Ich schreibe euch, was ich habe Ach, na Los Stell dich mal rein, Benni Alter, Benni soll sie machen Und stell dich mal bitte rein Dankeschön Dankeschön Ja, der kann ja nicht mehr tanken, der hat auch keinen Lebensraum Ich brauch keinen Lebensraum Ich brauch keinen Lebensraum Oh, 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 oh Er ist doch nicht so tankig wie du, glaub ich Besser tank Ja, 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 ja Ja, deutlich Ja, das ist so. Hast du auch geschmeit' Ich hab da trockige Lager bekommen Ich hab da trockige Lager bekommen Ich muss mich einbegriffen sein, aus und laufen Gibt's zu, hast du den letzten getimt, um die von uns an sich vorzusehen Nein, ich wollte einen geschmeiten Also eigentlich wollen wir mal versuchen, reinzupuscheln in die Base, oder was ist jetzt der weitere Plan? ich bin jetzt so etwas mal ja wir werden uns mal in der Mitte sammeln und dann mal ein bisschen Druck machen wenn man Teamfighter mit dem Zustand nur kommt immer so insofern fürchtet euch nicht warum brauchen wir zwei Leute um die kleinen Golems zu machen ja weil der mir alles erinnert ich bin jetzt erst durch den Zeugelang und steht soll ich fach da rein oben ja wenn die Kills macht, gibts vielleicht noch ne SIS gut machen das war's mit meinem Blut wacht das dann meine die sind überhaupt nicht deiner ah der ist füßt hoh des PUSH 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 das war's mit dem ich habe es angefangen es waren 3000 ein hat er Alles chillig, Barron rekt es schon wieder rein, Barron rekt es wieder rein. Ja, und meine Passiv auch. Ja, wirklich GG. Danke für den Tipp, Garen zu picken. Hat Spaß gemacht. Jo. Das war G40, jetzt folgen dann wieder die Faible-Videos G-P20 bis P27 und bis dahin auf Wiedersehen.